wie er das sieht spiel im sieglob fisch blöb 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 mein Gott meine Fresse was geht denn da die ganze drei Leute dran moin Gott weißt was hier am alter ausschreckt Menschen, die lieb zurückschreiben, wenn sie wegen einem wichtigen Termin anschreibt. Ich hab jetzt auch noch nichts zurückgeschrieben, ich hab auch noch gefragt. Stopping about grenades, naja. Nein! Hier, das ist ne Drohne. Das ist nicht sein Ernst. Durch seine Scheißkanade hat er jetzt ein Bandit-Brad kaputt gemacht. Danke, Smoke. Danke. Er wird natürlich so perfekt geworfen, dass man ihn nicht springen kann. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, alles klar. Schön, dass wieder irgendwer etwas macht. Danke, Smoke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich kenn nicht, ich weiß nicht. Das war's. Das war's. so was das level 95 auch ja man sieht nichts franz vor der türe Ich muss rein. 15 Sekunden. 10 Sekunden left. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. jetzt wieder gegen er hat ihn natürlich wohl mit drei leute neu sind dafür auch nie ein ziemlich gut reingekommen 172 und 102 Shut the fuck up. Ich glaube wir sind da wo wir waren. Ja. Zum Ruhm ist wie du. Okay, deutsch. Hans, get the Flammenwerfer. Okay. 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 The fire's ready! Get to the chopper. er gibt es dabei über die kathol weiter warum irgendwo durch sprung anformen der kitzel uhr Ah Fucking magazine I've got the fuse I don't know where this is going He's dead Bitch Oh Als ob die mich dann sehen Man, diese Map ist so scheiße Oh One ginger Help me, help me, help me one Help me Help me, here you go, here you go Here you go Do you breathe? Oh what the fuck No friends Sorry Thanks I'm confused One off, four remaining Coming If anything Ich hab meine Franzacken runter. Eine von Winden. Awww. Warum hab ich so ne Tasche? Awww. Ich hab mein Auto auf der Feld. Awww, guck mal was ich hier raus bekomme. Awww. Awww. Prozent und noch ein Waffenskin Prozent der Verfahrt und Grieße wie die Gäste auf den Spinn vor Ort Römer was es gibt so einer mit Blumen drauf jetzt so liebte es gibt es habe ich dieses Teil die Kreatürchen 6 Genzer mich also Kamehameha Pablo Kugel ist und es gibt auch die hier aus den letzten Karni war warum ist der der Teuerste sind der Teuerste Vielen Dank.